So, da sind wir wieder. Wie gesagt, das letzte Mal haben wir verloren gegen Andy. Und, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, wir machen das jetzt nochmal. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das war Haare, ich erinnere mich dran. Ich glaube, ich habe es beim ersten Mal durch Zufall gewonnen. Okay, wir hatten auch damals Bobby gehabt. Und wir haben auch die Abkürzungen genommen, was wir jetzt nicht gemacht hatten in der letzten Runde. Das Blöde ist, es ist ein schnellerer Rundkurs mit scheiß Kurven. Der ist schon zwei Sekunden weg, der erste. Die hat die Abkürzung nicht genommen. Und ich weiß, wir sind damals hier mal an so einem Lieferwagen hingeblieben. Kann es sein, dass die in der ersten Runde noch wirklich einen Schonwaschgang einlegen und dann in der letzten Runde wirklich dann plötzlich männlich werden? Ich weiß es nicht. Hier in der Ecke. Ah, da habe ich Glück gehabt, hör mal. Sonst hätte ich den Verkehr geküsst. Den habe ich gerammt. Wie gesagt, der Gegner hinten ist haarig. Das ist auch die Abkürzung mit denen, denen, denen... Kannst du nicht lenken und wenn es dann noch regnet, dann drehst du dich gerne. Und der Sprung ist auch haarig. Einmal falsch getimed. So. Letzte Runde. Da kann noch viel passieren. Und auf der Höhe werden wir mal eingeholt. Das war es schon. Wenn wir in den Gegenverkehr reinrutschen, dann... Gute Nacht, Marie. Ja! Oh Gott. So, Andy hat diesmal nicht gewonnen mit seinem Mustang. Oh, das war Glück. Das war knapp. Das war ein schneller Rundkurs. Hey, wir haben es freigeschaltet. Das Swiss Tuner Magazin. Und wenn wir noch diesen Spezial-Event, das lasse ich mir wirklich zum Schluss. Gut, das haben wir vor. Weil ich möchte noch gucken, ob man ein paar Leistungs-Abgoades bekommt für den Kleinen. Ansonsten, wie gesagt, werde ich den Bobby wieder auspacken. Damit haben wir es ja geschafft. Jetzt, was hielt es das Foto, das ist ein Rennen. Nein, das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Oh, wieder ein Zeitrennen. Hui. Wird der seinen Flug erwischen, oder was? 1.15. Okay. Wo will der hin? Ah, das ist auch ja sowas Knappes. Ich pack Bobby wieder aus. Okay, nein. Okay, nein. Okay, jetzt. Go. Aber schaffbar. Nicht so knapp wie das andere Event in Kohlhaber. Ja, drauf sind wir. Yeah, im Swiss Tuner Magazin. Breiter, schneller und tiefer als die Polizei erlaubt. Gibt's Stoff, Baby. Burnout-Syndrom. Warum Gummis rauchen müssen. Yeah. So, wir machen jetzt folgendes. Wir werden jetzt Bobby-Tune. Ich bin dafür. So, jetzt fahren wir unseren Wagen aus dem ersten Let's Play. Oh, das ist doch schon ein krasser Unterschied, ne? Ein ungetuntes Töv-Töv. Ohne Nitro. Ohne alles. Ja, den werden wir mal... Aber der fährt sich trotzdem. Hui! Der kriegt das jetzt schon hin. Ich wollte ihn euch nochmal von vorne zeigen. Verdammt, ich bin verkehrt auf der Straße aufgesetzt worden. Ja, den bin ich auch mal gefahren. So, das ist jetzt nur, wie gesagt, an den und an das alte Let's Play. So, mal gucken. Wenn dein Schlüssel schon nicht schnell ist, muss er wenigstens cool sein. Hier kannst du mit speziellen Parts für deinen eigenen Style sorgen. Na ja, aber eigentlich wollte ich was anderes machen. Den eigentlich Tune, also jetzt vom Äußeren werden wir jetzt nur die Farbe ändern. Hey, die Leute haben langweilige Kipps, die Kunst ist, aus deinem Wagen etwas Besonderes zu machen. Das gelingt dir bestimmt mit einer neuen Lackierung. Könnte ich schwarz machen, aber ich versuche die Lackierung hinzukriegen, die der Wagen damals hatte, aber ich sehe die Lackierung gar nicht. Äh, ein bisschen röter. Kriege ich gerade nicht hin. Na komm, weißt du, was? Ich habe den auch mal in blau gehabt. Also, wie gesagt, damals der Bobby, der war so mehr so orange, so rot-orange so, aber den habe ich auch mal in blau gehabt, den kleinen davor. Den habe ich ja zweimal gehabt, in 106er. So, das ist ungefähr die Farbe hier. So. Ne, mehr brauchen wir jetzt auch gar nicht, das brauchen wir nicht. So, und jetzt fahren wir mal zum Tuning-Shop hin. Na. Tuning-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop. Das müsste... Na, komm. Ja. Fahr mal da hin. So. Need for Schleich. Das muss sein. Vielleicht kriegen wir mit dem was gerissen. Hey Kumpel, hab gehört, dass am Flughafen richtig was los sein wird. Den genauen Ort habe ich doch nicht ausgemacht, aber du müsstest die Typen ohne Probleme finden können. Wirst wohl leichtes Spiel haben. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück, Mann. Ich bin raus. Genau. Und den blauen Peugeot 106 hatte ich als Viertürer gehabt zuerst. Wie gesagt, also mein erster Wagen war eigentlich ein roter Ford Fiesta Typ 2. Danach hatte ich ein Fiesta 3. Weiß gar nicht, 1,2 oder so S. Also die Sportversion des Fiestas in schwarz. Das war dann mein zweiter Wagen gewesen. Und der dritte Wagen war auch ein Fiesta, ein silberner. Das war dann Baujahr... Das war dann 96. Fiesta 96 Facelift. Baujahr 2000. Zugelassen am 25. Februar. 2000. Ja, und nachdem kam dann der blaue Peugeot nach dem silbernen Fiesta, so ungefähr im Jahre 2008. Und nachdem hatte ich dann den alten... Äh, 206er, 1006er meine ich. Und danach habe ich dann den 106er von meiner Freundin gefahren, den roten, den Bobby. Dann einen silbernen 206er, deswegen fahren wir jetzt auch 206. Und ich fahre jetzt wieder Fiesta. Pferdestärken bedeuten Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst. Und genau hier ist der richtige Ort dafür. Kann ich jetzt schon... Nee, man muss alle drei installieren, okay. So, Echo. So, Echo. So, da haben wir alles Getriebe. Ich sag jetzt mal nichts, weil die gute Rachel uns da und rein quatscht. Und dein Motor hat extra Power, wenn du sie brauchst. Gute Reifen entscheiden über das Fahrverhalten. Deine Kohle ist also gut investiert. Denk dran, mit besseren Bremsen verkürzt du deinen Bremsweg. Mit einem Leichtbau-Kit speckst du deinen Wagen ab und hast mehr Topspeed. Erhöhe die Leistung deines Motors und bau dir ein Turbo ein. So, das war's. Dann versuchen wir gleich, das Event mit dem mal zu fahren. Ja, krasser Unterschied. Sieht zwar serienmäßig aus, aber... Wir müssen nochmal eben... Ich glaub, wir müssen den Escalate noch aufrüsten. Weil bei dem weiß ich nämlich gar nicht... Warte, 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 dann haben wir alle schon hier. Das ist alles im Besitz. Alles installiert. Getriebe, alles installiert. Nee, noch nicht. Das Extrempaket noch nicht. So. So. So, dann müssen wir noch ein bisschen Geld eintreiben. Wird wir ein paar Geländer-Rennungen machen können. So. So, ein bisschen Burnout. Aber wir wechseln den Wagen mal wieder. So. Gehen wir gleich mit dem mal an den Start, weh? Siehst du? Hahaha. Ich würd mich sogar todlangen, wenn das Event mit denen schaffen würden. Komm, wir fahren jetzt mal mit Bobby einen Rundkurs. Den müssen wir mal warm fahren. So. Jetzt fahren wir da 200... Jetzt fahren wir da 106er wie im ersten Let's Play. Okay. Ich hab jetzt nur den Motor getunt, aber nicht das Äußere, weil wir dafür nicht genug Geld haben. Hahaha. Somit fahren wir mal den zweiten Wagen. Sache, ich würd noch gern Fiesta fahren, aber leider gibt's ja kein Fiesta in dem Spiel. Damit hätte ich dann alle Autos abgedeckt, die ich im Relife mal gefahren bin. Oder fahre. Ne, gefahren bin, eher gesagt. Wie gesagt, Bobby bin ich ja damals wirklich... Ach, das Rennen? Trau dich mal ein Fünder, das hatten wir schon. Wollen wir mal gucken. Unser Seeregel 106er. Die lachen sich doch schlapp immer. Die bleiben vor Lachen an der Ziellinie stehen. Aber das ist Absicht. Komm, lass sie flippern. Zwei Runden nur. Dann bin ich mal ganz still. Das wird bestimmt ein langer Kurs. Alter, der zieht sich mit, wenn ich ihn losse. Dränge mich nicht in den Gegenverkehr. Ich mag das nicht. Da klebt doch einer an mir wie ein Magnet. Oh, die Aussicht. Oh, die Aussicht. Oh, hier wieder runter. Oh, Gott. Oh, Gott. An diese Strecke habe ich gute Erinnerungen vom letzten Mal, wo wir hier lang gefahren sind. Noch in diesem Let's Play war das. Das ist ein Rundkurs, den wir in der letzten Runde verlieren können. Da sind das die Ecke hier. Das ist ein Rundkurs, den wir in der letzten Runde verlieren können. Die Ecke ist ein Rundkurs, den wir in der letzten Runde verlieren können. Da dreht die Sau mich wieder um. Hier geht es echt um Millimeterarbeit. Die Aussicht, die Aussicht. Aber die Aussicht im Rückspiegel ist auch nicht so rosig, also nicht rosig als runter, weil die hängen uns dicht im Nacken. Oh, da ist er schon wieder. Habe ich schon mal die Aussicht hier oben erwähnt? Oh, da ist er. Oh, da ist er. Nein! Das gibt's nicht. So, wir machen jetzt hier wieder Schluss und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Horst.